Myome sind gutartige Muskelknoten in der Gebärmutter. Zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr sind nur sehr wenige Frauen betroffen. Die Anzahl der Frauen, die Myome in der Gebärmutter haben, steigt dann aber rasch mit dem Alter an. Zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr sind schon 30% aller Frauen betroffen und zwischen dem 40. und 50. Lebensjahr 40%. Nicht jede Frau, die Myome in der Gebärmutter hat, hat Symptome. Die Muskelknoten vergrößern sich kontinuierlich unter dem Einfluss der weiblichen Hormone. Das heißt, wenn eine Frau in die Wechseljahre kommt, wachsen die Myome nicht mehr weiter. Die genauen Ursachen der Entstehung von Myomen sind bis heute nicht ganz geklärt. Man weiß, dass sie Muskelzellen in der Nähe von Blutgefäßen gerne denken, sie wollen nicht mehr im Verbund der gesamten Zellen bleiben und sich dann immer weiter verdoppeln, bis große Knoten entstehen. Myome können bis zu 20 cm und größer werden.